Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar über Mauerwerk. Die Webinarreihe Mauerwerk hat drei Teile und der erste Teil hat sich damit beschäftigt, was sind die Grundlagen vom Mauerwerk und auch diesmal werde ich sie durch das Webinar begleiten. Mein Name ist Marc Wolfgang Schulz, ich bin Bauingenieur und bei der Fischer Akademie als technischer Trainer angestellt. Gegenüber den Grundlagen werden wir heute uns schon eher mit der ETA, also mit den europäisch-technischen Bewertungen von dem Bügel für Mauerwerk beschäftigen FISV und wollen mal sehen, wie sind denn Mauerwerksteine zuzuordnen. Ich möchte gerne nochmal auf das erste Webinar hinweisen, dass Sie ja auch im Nachgang auch. Generell der zweite Teil wird auch wieder referiert von unseren Referenten mit viel Praxiserfahrung langjähriger Fischer-Erfahrung, Herr Thorsten Kühner, den ich Ihnen hiermit auch gerne vorstelle. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie sich wieder eingeloggt haben zu unserem zweiten Teil vom Webinar. Ja, der Herr Schulz hat es gesagt, es geht heute im zweiten Teil über die Zuordnung von Stein. Da gibt es ja doch eine ganze Menge Unsicherheiten auch draußen in der Praxis, deswegen haben wir hier einiges vorbereitet. Also wir werden einmal noch mal eine kurze Wiederholung Ihnen zeigen, was ist denn wichtig bei der Bemessung. Der zweite Teil ist dann, gehen wir in die Praxis, welche Steine finden wir vor, wie können wir sie zuordnen, was geht, was geht nicht. Auch so ein kleiner Ausblick auf das dritte Webinar werden wir uns sehr stark auch um das Thema Zugversuche kümmern. Also gibt es so einen gleitenden Übergang? Wann kann man was lösen? Wie kann ich es direkt in die ETA zuordnen? Oder muss ich wirklich dann auch Zugversuche hier durchführen? Ja, dazu haben wir einiges vorbereitet. Ich möchte jetzt einfach mal dann in die Präsentation gehen. Einfach mal das wiederholen, was wir im ersten Teil schon mal sehr ausführlich behandelt haben, um sie auch alle abzuholen, weil nicht jeder beim ersten Webinar dabei war. Auch noch mal ein kleiner Hinweis. Wir haben das erste Webinar als Video auf unserer Homepage abgelegt. Sie können sich also da auch noch mal informieren, wer da also nicht die Chance hatte, das erste, den ersten Teil zu sehen. Ja, ich würde gerne jetzt in die Präsentation übergehen und noch einfach noch mal über die wichtigsten Punkte sprechen. Aber ehe ich die Präsentation zeige, einfach noch mal der Einstieg über unsere Software Fixperience. Die hatten wir letztes Mal auch schon mal vorgestellt. Der Kernpunkt ist ja das Programm zur Dübelbemessung C-Fix. Wir haben ein Geländerprogramm zur Bemessung von Geländern. Wir haben ein Programm zur Bemessung von Holzbauschrauben oder Anschlussbewährung. Worauf ich aber heute noch mal Wert lege, ist die Informationen hinsichtlich der Unterlagen. Wo bekomme ich die Unterlagen her? Einige hatten gefragt, wo bekomme ich denn jetzt die ETA her? Können Sie mir die bitte mal zuschicken? Ich finde sie auf Ihrer Homepage nicht. Da hatte ich auch schon das letzte Mal den Hinweis gegeben auf den elektronischen Planungsordner. Hier haben Sie also die Möglichkeit, offline alle Unterlagen, alle Bewertungen, auch Bemessungskonzepte hier sich anzuschauen. Wenn Sie also die ETA für Mauerwerk suchen, gehen Sie im Prinzip in diese kleine Auswahl. Dort finden Sie Dübel für gerissenen Beton, ungerissenen Beton, Mauerwerk, Spannbeton, Hohldielen, Dynamikanker oder thermisch getrennte Systeme. Wenn Sie also die FIS-V-Zulassung, die ETA suchen für Mauerwerk, gehen Sie hier auf Hochleistungsmörtel und Sie finden hier die ETA sehr, sehr ausführlich. Das lohnt sich wirklich mal, das hatte ich beim ersten Seminar auch schon gesagt, es lohnt sich wirklich mal durch diese ETA durchzugehen, sich auch die wichtigsten Seiten mal auszudrucken, gerade die Übersichtsseiten. Von der Seite her ist es ganz gut, wenn man auch weiß, wo diese ETA zu finden ist. Also nutzen Sie im Prinzip diesen elektronischen Planungsordner und nutzen Sie auch die einzelnen Module zur Bemessung von Dübeln. Damit möchte ich einfach gleich in die Präsentation gehen. Das kennen Sie, diesen Bildschirm. Einige Folien habe ich auch schon im ersten Webinar gezeigt. Einfach nur mal, um sie abzuholen und eine kleine Vertiefung da reinzubringen. Die Grundlagen waren ja die, dass wir gesagt haben, es ist wirklich nur möglich, Bemessung durchzuführen, wenn sie auch den Wandaufbau kennen. Das ist teilweise relativ schwierig in der Praxis, weil der Planer nicht vor Ort unbedingt ist, aber es ist eine ganz wichtige Geschichte, dass Sie wirklich auch den Stein A, das Format Lochbildfestigkeit und Füllung kennen und ob dieser Stein in der ETA geregelt ist. Auch solche Themen wie die Dicke der Putzschicht und wir haben nachher ja auch da einen relativ langen Part zu diesem Thema, um sie da auch zu unterstützen. Auch die Auswahl der Dübel ist abhängig vom Stein. Also Sie wählen ja die Ankerstange aus, Sie wählen die Siebhörsen aus. Sie sind also abhängig von dem Stein. Welche Siebhörsen, welche Verankerungstiefen sind dort geregelt und darum ist es auch aus dieser Sicht wichtig, welchen Stein Sie vor Ort haben. Auch die Randbedingungen, ist die Fuge sichtbar, nicht sichtbar? Da gab es da doch auch beim letzten Webinar etliche Fragen dazu. Auch die Nutzungsbedingungen, Temperaturbereich und Feuchtigkeit im Mauerwerk. Ja, Sie sind gewohnt, im Beton sehr hohe Lasten einzutragen. Das ist auch relativ einfach. Da gibt es unendlich viele Systeme, ob Sie Verbundanker nehmen, ob Sie Bolzenanker nehmen. Da finden Sie immer eine Lösung. Im Mauerwerk ist es, wenn Sie eine Einzellast haben, nur möglich über diese Lösung der Injektionstechnik zu arbeiten. Und wenn Sie dort rechnen, werden Sie feststellen, dass Sie nicht in diese vergleichbare Region kommen wie Beton. Das ist ja auch logisch. Das kann sich jeder auch vorstellen, wenn er die Steine dort sieht. Also Sie müssen auch vorher wirklich dann auch in der Lastannahme oder in Ihrer Konstruktion das beachten, dass Sie nicht diese Lasten übertragen können. Das bedeutet auch ein gewisser höherer Planungsaufwand, weil Sie auch wirklich im Vorfeld, wie ich eingangs sagte, auch das Mauerwerk kennen müssen. Ein weiteres Thema ist, Sie sind gewohnt, im Beton sehr, sehr kleine Ankerplatten einzusetzen, also von den Abmaßen her. Und wenn Sie also ein Mauerwerk verankern, sind teilweise die charakteristischen Achsabstände relativ groß, teilweise Länge, Höhe, Breite des Steines. Und von der Seite her wird es Ihnen bei Dübelgruppen passieren, dass Sie teilweise relativ hohe oder große Ankerplattenmaße haben. Also im Vorfeld keine Ankerplatten schon konstruieren, wenn Sie den Stein nicht kennen oder andere Lösungen dann wählen. Es macht nur Sinn, Ankerplatten zu planen und zu bemessen, wenn Sie auch den Stein kennen. Ja, und am Ende ist es trotzdem notwendig, dass Sie hier wirtschaftliche Lösungen bringen, dass Sie sich auch mit der Bemessung nicht allzu lange aufhalten, dass Sie da vom Fischer auch dieses Programm haben, die Software. Sie haben eine ETA mit sehr, sehr vielen Steinen. Also es ist schon an sich ein sehr gutes Paket für dieses Thema. Nochmal zur Erinnerung, diese einzelnen Nachweise, die Sie führen, die einen oder anderen Nachweise kennen Sie auch bei der Bemessung aus dem Beton. Sie haben Stahlversagen, herausziehende Anker, Bruch des Steines, herausziehen eines Steines. Und was im Beton keine Rolle spielt, ist der Einfluss der Fugen. Hier auch nochmal der Hinweis, die Fuge muss halt bekannt sein. Wenn sie nicht bekannt ist, müssen Sie mit dem Faktor 0,75 abmindern oder Sie haben eben eine Fuge, die nicht voll verfugt ist oder nicht mit den richtigen Fugenmörteln. Das Gleiche machen Sie auch im Bereich der Querbeanspruchung. Also die Nachweise sind adäquat. Auch beim Zug und auch bei den Querbeanspruchungen sehen Sie ein Versagen, herausziehen eines Steines. Das ist dann auch zu beachten, dass Sie teilweise in einen Stein eventuell nur einen Dübel setzen können oder auch begrenzt sind, einfach durch das Herausziehen des Steines. Und in der Querbeanspruchung haben Sie auch das Thema Fugen. Am Ende machen Sie einen Interaktionsnachweis. Also die Bedingungen aus dem Verhältnis der Einwirkung zum Widerstand für die Zuglast und für die Querlast. Für Vollsteine muss der Faktor 1,2 sein. Für Hohl- und Lochsteine ist der Faktor 1,0. Also das ist so ein Schnelldurchgang. Einfach diese Bemessung, die Sie durchführen müssen. Und wenn Sie dann in die ETA reingehen, finden Sie hier diese Übersichtstabelle. Die hatte ich letztes Mal auch schon gezeigt, wo Sie dann auch auf den Anhang verwiesen werden, welcher Stein in welchem Anhang geregelt ist. Und Sie müssen es dann auch umsetzen in der Software, in der NCFIX. Dort gibt es auch so ein Pulldown-Menü, wo Sie die einzelnen Steine wiederfinden. Ich habe jetzt hier so eine kleine Übersicht an Steinen, die alle in dieser ETA geregelt sind. Ich habe versucht, einfach mal so viel als möglich auf einen Platz zu bekommen, weil es ist teilweise relativ schwierig, sich über 134 Seiten durchzuarbeiten. Deswegen meine Empfehlung auch hier wirklich diese Übersicht zu nehmen. Und da sehen Sie jetzt hier die einzelnen Steine, die wir geregelt haben. Also vom Vollstein zum Lochstein, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Kalksandvollsteine, auch gefüllte Steine. Da kommen wir nachher noch dazu. Und die verschiedensten Formate und verschiedensten Lochbilder. Das hatte ich eingangs beim letzten Seminar auch gesagt, dass wir doch eine unheimliche Vielzahl von Steinformaten am Markt haben. Jeder Hersteller hat seine eigenen Lochbilder kreiert, einfach weil man da wärmeoptimiert arbeiten möchte und hat so ein bisschen die Verankerungstechnik aus dem Auge verloren dabei. Also Sie sehen eine große Vielzahl von den verschiedensten Verankerungsgründen, wo wir jetzt einfach mal in die Praxis gehen. Es wäre jetzt dann die Zeit, dass wir mal auf die Kamera umschalten. Wir haben da so ein bisschen was vorbereitet. Die Präsentation bitte dann raus. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Zauberhand hat hier einfach mal den Wagen reingefahren mit den verschiedensten Steinen. Ehe wir auf die einzelnen Problematiken der Steine gehen, habe ich hier einfach noch mal so ein paar Fragen aus dem letzten Webinar. Wir haben viele Fragen ja auch Ihnen gleich zeitnah beantwortet. Aber trotzdem sind doch ein paar Fragen, die vielleicht aus Ihrer Perspektive auch interessant sind, wo wir doch sagen, dass das wäre jetzt mal ein interessanter Ansatz. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema Steine jetzt, Steinauswahl. Da kam zum Beispiel die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ein kleiner Stein auf der Baustelle gefunden wird, aber der große Stein geregelt ist. Da gibt es keine Möglichkeiten. Sie können im Prinzip nur von einem kleinen auf einen großen wechseln. Das zeige ich Ihnen dann. Aber Sie können nicht so einfach, ohne dass Sie da besondere Prüfungen machen, wechseln von dem kleinen Stein auf den großen, also wenn der große in der Äther geregelt ist. Sicher kann man da sich in einigen Bereichen behelfen, wenn zum Beispiel das ein Vollstein ist, dass man dann separat das Herausziehen des Steines noch mal betrachtet. Aber es sind ja in der Äther sämtlichste charakteristischen Achsabstände, Randabstände geregelt, die genau mit diesem Stein geprüft werden. Deswegen ist es relativ schwer, da einfach so pauschal zu sagen, das funktioniert. Eine weitere Frage war, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich einen Lochstein auf der Baustelle finde und dünnere oder dickere Wandstärken habe? Ja, Sie sehen ja hier an diesem Lochstein, dass es da doch unterschiedliche Ausführungen der Wandstärken gibt. Und in der Äther ist es relativ klar beschrieben, sind teilweise auch vermaßt die Steine, dass sie da wirklich hier auf eine Vermaßung der Wandstärken haben. Sicher vom praktischen Ansatz funktioniert es, wenn der Steg etwas stärker ist, dass dann eben nicht das Steinversagen maßgeblich ist. Aber sobald der Steg noch dünner, filigraner wird, funktioniert das nicht. Und hier auch nochmal der Hinweis dann wieder auf das dritte Webinar, das Thema Zugversuche. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich einen Stein mit geringeren oder mit höheren Festigkeiten auf der Baustelle finde? Also es ist ja schon mal toll, wenn Sie einen Stein haben, wo Ihnen auch der Gebäudeplaner oder in den Bestandsunterlagen eine Festigkeit vorgibt. Das ist ja schon mal ein riesen Vorteil. Wenn Sie geringere Festigkeiten haben, funktioniert es dann auch hier wieder nur Überzugversuche. Haben Sie eine höhere Festigkeit, können Sie natürlich auch mit diesen höheren Festigkeiten von unten nach oben kalkulieren, also einen Stein mit der niedrigen Festigkeit in der Äther ansetzen. Und dann haben Sie auch eine Lösung für die höheren Festigkeiten. Wie reagiere ich, wenn das Lochbild nicht 100 Prozent übereinstimmt? Ja, im Prinzip ist es pauschal so, wenn das Lochbild und der Stein so nicht in der Äther geregelt ist, hilft dann nur auch hier in dem Fall der Zugversuch. Sie müssen sich dann also auch an uns wenden, dass wir Sie da in der Richtung unterstützen. Pauschal können wir das nicht sagen. Sie sehen ja auch an den unterschiedlichen Steinen, an den unterschiedlichen Lochbildungen, an den verschiedensten Herstellern, dass die teilweise recht unterschiedliche Stegdicken haben, recht unterschiedliche Lochbilder, dass man das nicht einfach so pauschal übertragen kann. Das funktioniert in der Regel nicht. Die nächste Frage war, was ist denn mit diesem Thema Absturzsicherung? Da kennen Sie ja den aktuellen Stand der ETB-Richtlinie. Sie müssen also nachweisen, dass die Verankerung im Stein mit einem Sicherheitsfaktor auf der Widerstandsseite und auch auf der Einwirkungsseite mit einem Sicherheitsfaktor 1 gerechnet, die 2,8 Kilonewton einhält. Wenn Sie schon in die Äther reinschauen und für einen Lochziegel vielleicht nur 1,5 Kilonewton herauslesen können an charakteristischer Bruchlast und Sie können im Prinzip keine zwei Dübel setzen, weil der Abstand relativ groß ist, dann ist die Lösung jetzt für diese Steine als ETB-Richtlinie mit den 2,8 nicht möglich. Sie müssen ja auch verschiedene Nachweise machen. Also Sie haben die ganz normalen Geländernachweise, Sie haben die Holmlast zu beachten, eventuelle Windlasten zu beachten und als dritter Punkt ist ja im Prinzip dieser Punkt 2,8 Kilonewton pro Befestigungspunkt. Dann kam die nächste Frage, das war die Druckkraft bei Lochsteinen. Also wenn Sie hier solch ein Lochstein, eine Abstandsmontage durchführen wollen, zum Beispiel mit einem Thermax, kommen ja eventuell sogar Drucklasten auf den Stein. Das muss besonders geprüft sein. Wir haben für den Thermax dafür eine bauaufsichtliche Zulassung, die, wo Sie im Prinzip Drucklasten, mögliche Drucklasten, wenn Sie sich nicht auf den Stein abstützen können, sondern der Dübel diese Drucklasten in das Mauerwerk einleitet, dort nachweisen können. Also das auch als kleiner Tipp. Ich habe nachher auch mal kurz den Thermax als Muster da. Ja, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema der Zuordnung der Steine. Sie sehen, wir haben ja auf dem Tisch die verschiedensten Steine aufgebaut, so was alles so raufpasste. Das Einfachste ist ja hier den Bereich, der klassische Vollziegel. Das ist jetzt hier ein Kalksandvollstein, normalformatig und in diesem Kalksandvollstein, das ist gut, dass ich hier so eine Möglichkeit habe, eine Zulassung herauszuziehen, haben Sie ja Verankerungstiefen vorgegeben. Sie haben vorgegeben, die charakteristischen Achsabstände zur Information, also die sind zum Beispiel dreimal Verankerungstiefe. Der minimale Randabstand ist 60 mm. Das können Sie alles mit dem kleinen Stein machen, auch bei den entsprechenden Lasten, die Sie haben. Die gehen bis 3,5 Kilo Newton, je nachdem, was Sie für eine Festigkeit haben. Da können Sie schon ganz ordentliche Lasten einleiten. Nun ist die Frage, ja, jetzt finde ich aber einen größeren Vollstein, weil es ist ja in der Bewertung nur der kleine geregelt. Da sagt dann die Zulassung und die Bewertung, auch das Bemessungskonzept, Sie dürfen immer vom kleinen auf den größeren Vollziegel übergehen. Sie können also die Werte des kleineren Ziegels nehmen. Das gilt allerdings nur für Vollsteine und können dort im Prinzip mit den Lasten entsprechend arbeiten. Das Einzige, was Sie beachten müssen bei der Bemessung, das zeige ich nachher auch im Programm. Sie haben eine andere, andere Außenkonturen des Steines und dadurch haben Sie auch einen höheren Widerstand gegenüber herausziehen aus dem Bauerwerk. Das berechnet das Bemessungskonzept mit und im Programm geben Sie dann im Prinzip die tatsächlichen Steinmaße ein und können dann im Prinzip von dem kleinen auf den großen Stein relativ einfach übergehen. Also Vollziegel, das haben Sie sicher schon geahnt, ist eine relativ einfache Geschichte. Wenn wir jetzt mehr oder weniger dann in solche Hochlochziegel gehen, wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Wie kann ich jetzt diese Lochbilder und wie kann ich diese Steine entsprechend zuordnen? Ja, Sie sehen, der obere und der untere Stein hier haben absolut identisches Lochbild und wenn Sie in die Bewertung reinschauen, haben Sie gerade für den Hochlochziegel HLZ-Form B entsprechende Maße, Nennenmaße definiert. Also es gibt verschiedene Steine, die hier geregelt sind. Es gibt einmal einen Stein mit einer Länge von 370, aber Sie können auch Steine dort finden mit einer Länge von 500. Das ist alles in dieser Bewertung geregelt. Und Sie haben auch von der Höhe des Steines die Möglichkeit, zwischen zwei Varianten zu wechseln, sodass Sie hier relativ einfach in die Anlage C24 hineingehen können und können hier diese beiden Steine wiederfinden. Ja, für den Laien, der jetzt auf den Steinberg hier schaut, der sagt, ja, hier oben der Stein, der sieht doch eigentlich ganz genauso aus. Also das Lochbild ist jetzt nicht extrem anders als in den unteren Steinen. Ja, kann ich den jetzt nicht da auch noch mit zuordnen? Wenn Sie genau streng genommen nach Bewertung arbeiten, dann funktioniert das mit den oberen Steinen nicht, weil die Tragfähigkeit, auch wenn die Lochung relativ ähnlich ist, eine andere sein kann. Das Verhalten kann ein anderes sein. Sie haben ja auch einen dünneren Stein. Also es ist nicht einfach so übertragbar. Und da gibt es dann eine Möglichkeit, eine Zuordnung zu finden. Und die ist, dass Sie bei uns in der Anwendungstechnik einfach Ihre Steine als Dokument mal rüberschicken, dass wir die Steinabmaße haben. Weil wir haben eine ganze Menge von diesen Steinen, die grundsätzlich in der Äther geregelt sind durch dieses Lochbild und durch diese Formate. Haben wir durch Versuche, Baustellenversuche oder auch beim Hersteller durch Versuche, haben wir charakteristische Werte, dass es sich dann auch wirklich lohnt, wenn Sie den Stein nicht in der Äther finden, dass Sie sich bei uns melden, uns ein Bild von dem Stein schicken. Am besten die genaue Bezeichnung. Das ist immer das Optimale. Und wir haben einen großen Fundus mittlerweile über die letzten Jahre geprüft, wo wir Ihnen einen charakteristischen Widerstandswert geben können. Also das ist auch legitim. Das werden wir dann nachher auch in einem dritten Webinar über das Thema Zugversuche entsprechend behandeln. Was sind denn die Möglichkeiten, wenn es eben diese Abweichung gibt, wie Sie das hier so sehen? Wie kann ich dann vorgehen? Und die Vorgehensweise ist, dass ich dann gerade im Neubaustein, ob der Stein in Hamburg geprüft wurde oder in München oder in Stuttgart, die Werte nach der statistischen Auswertung kommt immer was Ähnliches raus, also dass man auch diese Werte dann für ihre Planung ansetzen kann. Also es wäre ja Verschwendung, wenn wir jedes Mal diesen Stein prüfen, nur weil er nicht in der Äther ist. Also das sind so die klassischen Hochlochziegel, die Ihnen auch die entsprechenden Sorgen mit unterbereiten. Aber der Trend geht auch immer mehr zu solchen gefüllten Steinen. Einmal mit Literalwolle oder auch einmal mit Perlit. Wenn Sie sich jetzt den oberen Stein angucken und in die Äther reinschauen, werden Sie, ja wenn Sie nicht genau hinschauen, werden Sie jetzt diesen Stein so nicht finden, weil der Stein in der Äther auf der Seite C40, auf der Anlage C40, passt zwar die Länge, es passt auch die Höhe, aber es passt nicht die Breite. Ja, die Breite ist original 425 Millimeter. Das wäre jetzt nicht schlimm, da könnte man ja mit einem gewissen Sachverstand als Planer, könnte man sagen, ja das müsste eigentlich passen. Allerdings, wenn Sie noch genauer hingucken, werden Sie feststellen, in der Äther sind größere Stege hier in diesem Bereich. Da haben wir nicht nur 10 Millimeter, sondern teilweise 15 Millimeter, 20 Millimeter. Also da muss man dann wahrscheinlich auch in das Thema Zugversuche hineingehen oder man meldet sich bei uns in der Anwendungstechnik, um dort zu erfahren, ob da schon entsprechende Versuche gelaufen sind. Der dritte, der untere Stein, der ist mit Perliten gefüllt. Ich habe hier einfach schon mal die Zulassung hingelegt. Da ist es relativ einfach jetzt hier diesen Stein, wenn Sie die genaue Steinbezeichnung finden. Hochlochziegel HLZT7 mit Perlite gefüllt, also von dem entsprechenden Hersteller. Dort passen die Maße total eins zu eins übereinander und dann können Sie auch hier im Prinzip in der Bemessung diese Werte mit ansetzen. Wenn man in die Bewertung mal reinschaut, um einfach mal so einen Vergleich oder für Sie ein Gefühl zu haben, wie sind denn so die charakteristischen Achsabstände, wie weit muss ich denn hier im Prinzip in dem Stein auseinander gehen, finden Sie hier genau wieder die Steinmaße. Also Sie müssen in dieser Ebene 250 Millimeter weit auseinander gehen. Das heißt, es sollte dann wirklich nur in dieser Richtung ein Dübel im Stein verankert werden. Sonst haben Sie auch von den Gruppenfaktoren her relativ große Reduzierung drin. Und ja, wie sieht es dann teilweise in der Praxis aus? Was macht der Praktiker? Muss ich mal kurz verschwinden? Da gibt es natürlich Lösungen wie solche Konsolen, wo dann einer versucht hat, auf dieses Thema explizit einzugehen. Also große Ankerplatten mit entsprechenden Achsabständen. Wenn Ihnen diese Ankerplatte nicht reicht, gibt es auch die Möglichkeit, mit solchen Ankerplatten zu arbeiten. Also Sie sehen, hier gibt es wirklich am Markt auch entsprechende Lösungen, die genau auf dieses Thema eingehen, wo man dann auch wirklich mit arbeiten kann. Also tendenziell haben Sie bei diesen Steinen, die Sie hier finden, auch entsprechend große Achsabstände. Nächstes Thema ist das Thema Zuordnung der Siebhösen. Wenn Sie also in diese Datenblätter hineingehen von den einzelnen Ethers, finden Sie für den Stein die entsprechenden Siebhösen. Ich habe hier vorne mal einige Siebhösen ausgelegt. Also es fängt an mit großen Verankerungstiefen bis zu 200 Millimeter. Auch entsprechende Putzüberbrückungen sind möglich. Sie haben also die Möglichkeit, wenn Sie eine 200 Millimeter Siebhöse nehmen, zwei Zentimeter Putzüberbrückung durchzuführen. Sie müssen aber immer auch in den Stein gucken. Ist es denn so geregelt? Genau für diesen Stein kann ich in diesem Stein diese zwei Zentimeter Putzüberbrücken. Wenn das nicht möglich ist, müssen Sie im Bereich der Verankerung den Putz auch entfernen. Das kann aber auch mal sein, dass Sie solche kleinen Siebhösen haben. Zwölf mal 50, wo Sie kleine Lasten einleiten können. Also die Bandbreite, Sie sehen es hier vorne, ist relativ groß. Wenn Sie große Bereiche überbrücken wollen, gibt es eine sogenannte Durchstecksiebhöse. Hier haben Sie den Verankerungsbereich. Hier haben Sie den Bereich der Nutzlänge, Klemmdicke, wo Sie zum Beispiel ein Holz oder eine Dämmung überbrücken können. Was aus der Praxis immer wieder gern genommen wird, das sind diese sogenannten Meterware-Streckmetall-Siebhösen. Da sollten Sie einfach als Plan auch darauf achten, diese Siebhösen haben keinerlei Zulassung, also von keinem Hersteller. Und wenn Sie diese Siebhöse einsetzen, sind Sie auf alle Fälle außerhalb der Zulassung und können im Prinzip nicht nach Zulassung rechnen und auch nicht nach Zulassung dübeln. Ein praktisches Beispiel, das muss ich immer wieder verschwinden, ist wie gesagt nochmal diese Durchstecksiebhöse, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Also nehmen Sie dann lieber diese Elemente. Sie haben die Möglichkeit, die Siebhöse auf das Maß, wenn es hier zum Beispiel ein Holz ist, auf das Maß zu kürzen, die Gewindestange entsprechend anzupassen. Und Sie haben eine saubere Mörtel-Einbringung hinten in die Verankerung, weil das Ganze hier ist ja eine nicht tragende Schicht. Das Ganze rechnen Sie auch über Biegungen. In der Praxis haben Sie hier die Mitte des Balkens als Lasteinleitung und das funktioniert recht gut. Und Sie müssen nur achten, ist denn diese Durchstecksiebhöse auch für diesen Stein bauaufsichtlich zugelassen. Also diese Kombination müssen Sie also immer beachten. Gut, der Kollege winkt, wir hätten jetzt gerne eine kleine Umfrage gestartet. Das wäre jetzt klasse, wenn die funktionieren würde. Ja, jetzt ist sie da. Das interessiert uns wahnsinnig. Wie oft ist im Vorfeld einer Dübelberechnung der genaue Wandaufbau bekannt? Bei weniger als 10 Prozent der Fälle, bei weniger als 30 Prozent, weniger als 70 oder im Idealfall bei mehr als 70 Prozent Ihrer Anwendung. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Bitte wählen Sie jetzt. Ja. Gut, also 28 Prozent sagen, es sind weniger als 10 Prozent, wo ich es weiß. 47 Prozent sagen, weniger als 30 und bei 70 sind es 17 Prozent. Und ja, das ist, das haben wir uns schon so gedacht. Bei 9 Prozent sind es nur, die mehr als 70 Prozent haben bei der Bemessung. Also das ist schon ein relativ großer Gap auch in der Planung, wenn Sie halt den Untergrund so nicht kennen. Ja, ich glaube, Ihnen ist jetzt aufgefallen, dass die Zauberhand wieder da war und einen neuen Wagen reingefahren hat. Wir haben jetzt hier noch zur Ergänzung zwei Baustoffe. Der eine ist Porenbeton. Da ist es relativ einfach. Da müssen Sie einfach wissen, was habe ich für eine Festigkeit. Sie können beim Porenbeton auch vom Kleinen auf die großen Steine gehen, ähnlich wie beim Vollziegel. Sie haben hier zwei Möglichkeiten zu verankern. Die eine ist die klassische im zylindrischen Bohrloch. Dort müssen Sie aber in der Regel auch entsprechende Bauteilabmessungen haben. Also der Porenbeton muss eine gewisse Bauteildicke haben. Dann können Sie auch entsprechend tief bohren. Wenn Sie das nicht haben, dann ist unsere Empfehlung, mit solch einem Kronusbohrer zu arbeiten, der quasi dafür sorgt, dass es im hinteren Teil des Bohrloches eine Vergrößerung gibt, dass Sie hier einen Formschluss im Porenbeton haben und damit sehr, sehr gute Werte bekommen. Also dafür die Fälle, wenn Sie nicht so tief verankern wollen, wenn Sie weniger Bauteildicke haben, dann ist auf alle Fälle das Thema interessant. Zur Ergänzung dann noch diese Tülle, die dann im Prinzip eine Führung ihrer Gewindestange ist und auch den Werte begrenzt. Das ist zum Thema Porenbeton und was auch in der Praxis ziemlich häufig vorkommt, gerade auch im Altbau, da sind diese Hohlblocksteine hier hinten. Ja, da ist es dann auch wichtig, wenn Sie in die Äther reinschauen, wie ist denn das Lochbild von diesen Hohlblocksteinen? So rein aus pragmatischen Gründen, wenn Sie jetzt mit kurzen Verankerungstiefen arbeiten, in diesen Hohlblocksteinen und Sie haben im Steg, also im Spiegel, genau diesen Wert, wie er auch in der Äther ist, also in dem Falle sind 37 Millimeter, spricht aus pragmatischen Gründen nichts dagegen, dass Sie dann auch die Werte für diesen Hohlblockstein einsetzen. Allerdings, wenn Sie mit größeren Verankerungstiefen arbeiten, also mehrere Stege treffen wollen, dann sind diese Werte wieder nicht vergleichbar. Also da muss man echt darauf achten, dass das dann auch passt. Und hier habe ich nochmal das Handmodell vom Thermax. Also das ist eine ganz tolle Lösung, wenn Sie also eine Wand haben, wo eine Dämmung davor ist. Viele kennen es sicher auch, haben Sie die Möglichkeit, über diesen Thermax mit einem Antikeltekonus die Lasten so einzuleiten, dass Sie im Prinzip erstens keine Wärmebrücke haben und zweitens hier auch eine saubere Auflage. Und hier in diesem Beispiel ist es wirklich so, was ich vorhin sagte, Druckkräfte aufzunehmen, ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also hier können Sie relativ schnell auch Druckkräfte bekommen für solche Befestigungen und die muss natürlich auch sauber in das Mauerwerk eingeleitet werden, muss auch in der Zulassung so geregelt sein. Und von der Seite her ist das durch den Thermax entsprechend auch möglich. Gut, der Kollege schaut schon mit den Rufen. Es sind wieder sehr, sehr viele Fragen eingegangen. Ich werde mal jetzt hier einfach selber die Zauber anspielen und jetzt hier schon bei uns fahren, damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, genau. Es ist so. Vielen Dank für Ihre Fragen, die gekommen sind. Ich habe mal drei Fragen rausgegriffen und würde die jetzt gerne erläutern. Wie gesagt, mit den anderen würden wir im Nachgang dann auch sie zukommen. Fragen zum Bohrverfahren in Lochsteinen generell, aber auch Siebhülsen. Wozu braucht man die denn überhaupt? Warum gibt es Siebhülsen? Dann kam aber auch noch mal eine Frage zum letzten Webinar zur Bemessung. Zwei Einzellasten mit kleinem Abstand haben häufig größere Lasten als eine Gruppenlast mit zwei Ankern. Vielleicht können Sie da noch was zusagen. Und dann kam auch noch mal eine Frage generell zu hinterlüfteten Fassadensystemen. Ich denke, das ist nicht unbedingt jetzt Thema. Da wird es noch mal ein separates Webinar auch geben dann im Herbst. Aber vielleicht könnten Sie schön was sagen, was ist denn der Unterschied so generell zwischen den einzelnen Ankern? Warum sprechen wir hier eher nicht über Fassadensysteme? Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem Bohrverfahren an. Siebhülse. Also grundsätzlich ist es so, die Bohrverfahren, wenn man wirklich das optimale Ergebnis erzielen möchte, sind natürlich extrem wichtig für die Tragfähigkeit des Tübels. Und Sie haben im Prinzip, wenn Sie solche filigranen Steine haben, wie ich sie eben gezeigt habe, oder wie sie hier hinter mir sind, immer bessere Lasten, als wenn Sie im Drehgang bohren. Es gibt aber in der Bewertung gibt es direkt Ausnahmen, wo Sie wirklich nur im Drehgang bohren dürfen. Der Rest kann natürlich mit Schlag oder mit entsprechenden normalen Bohrverfahren, Hammerbohren, erstellt werden. Aber jedem muss klar sein, wenn ich dort mit dieser Hammerbohrtechnik, wo ich im Prinzip wie im Beton meißle, in solche filigrane Baustoffe reingehe, dass dann nicht viel überbleibt. Und das optimale Ergebnis ist, es im Drehgang zu erzielen. Es gibt mittlerweile auch Bohrer, die im Drehgang entsprechend scharf angeschliffen worden sind, die Sie auch an SDS-Aufnahmen aufnehmen können, sodass es da auch gute Lösungen gibt. Also je filigraner der Stein, desto eher ist die Empfehlung, im Drehgang zu bohren. Ansonsten in die Bewertung reinschauen. Es gibt einige Steine, wo Sie den Drehgang vorgeschrieben haben. Also da müssen Sie ziemlich genau aufpassen. Genau, das heißt generell, also im Drehgang kann man nichts falsch machen. Da kann man nichts, da wird man sicherlich im Vollziegel, im Drehgang bohren, aber gerade eben bei solchen Kluftziegeln. Das Thema Siebhülse ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn Sie also in solchen Lochsteinen arbeiten, dann müssen Sie ja irgendwo den Norte begrenzen. Und Sie brauchen im System ja auch die zugelassene Siebhülse, die auch in dem System mit der Verankerungstiefe, ob eine Putzüberbrückung oder nicht, entsprechend geregelt ist. Und zum Zweiten haben Sie auch ein sehr gutes Ergebnis hinsichtlich der Führung der Ankerstange. Ich hatte Ihnen ja diese Meterware gezeigt. Da haben Sie nicht unbedingt die Führung der Ankerstange, dass die auch wirklich gerade aus der Wand schaut, sondern Sie haben nicht die Möglichkeit, eine Zentrierung. Und Meterware kann sich vielleicht auch hinten öffnen, wenn Sie die umgebördelt haben. Also es ist eine relativ unsichere Sache, deswegen ist sie auch nicht in der Zulassung geregelt. Bleiben Sie im System, nehmen Sie die entsprechenden Ankerstangen, nehmen Sie die entsprechenden Siebhülsen, dann sind Sie auch auf der sicheren Seite. Sie haben gesehen, wir haben eine große Auswahl, bis zu 200 mm Verankerungstiefe. Mehr macht dann auch gar keinen Sinn. Also von der Seite her passt das dann auch ganz gut. Genau. Das dritte Thema ist jetzt vergessen, Fassade. Wir gehen jetzt nämlich gleich in die Beispiele. Ich habe ein paar praktische Beispiele vorbereitet und da ist ein Thema zum Beispiel auf Fassade. Wir werden aber, da das Thema Fassade ja auch sehr global ist, dass es da doch viele, viele Punkte gibt, die man zu beachten hat, werden wir da auch das zu dem Thema Fassade nochmal ein separates Webinar machen. Aber ich kann jetzt zwei, drei Worte zu dem Beispiel auch sagen, damit Sie da auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist jetzt bei einer vorgehänden, verlüfteten Fassade entsprechend zu beachten. Vielleicht das allerletzte noch. Da ging es nämlich dann tatsächlich in Richtung Thermax. Zwei Einzellasten mit Randabstand größer als eine Gruppenlast und dazu auch gleich dazu sagen, wie ist es denn? So ein Thermax steckt man rein und zieht man kräftig an, damit dann auch wirklich der Anker hält. Oder was sagen Sie dazu? Ja, grundsätzlich das Thema, erst mal das Anzugsdrehmoment bei der Verankerung oder Montagedrehmoment ist bei solchen Injektionsankern auch zu beachten. Es gibt ja doch den einen oder anderen, der jetzt im Winter oder im Frühjahr seine Reifen wechselt, der weiß, dass er 100 Newtonmeter bei einem Rad ansetzen muss. Und beim Dübel im Bolzenankerbereich, wir haben es in Fassade 10, haben es 45 Newtonmeter. Und in solchen Steinen wie Hochlochziegel kann es sein, dass sie nur zwei Newtonmeter haben. Also dass es nur handfest ist, wer da eben mit einem großen Hebelarm rangeht, der hat dann auch schlechte Karten. Und da ist es auch wichtig, dass man diese Informationen entsprechend berücksichtigt. Nur mal einen ganz kleinen Schwenk dazu, die Zulassung und auch das DBT sagt, wenn ein Verwender solche Dübel verankert, so pauschal gesagt, muss er auch wissen, was er tut, muss er auch entsprechend geschult sein, muss auch da entsprechendes Fachwissen haben. Und da gehört dann eben dazu, was muss ich beachten, wenn ich solche Verankerungen in solchen Zielen setze. Und da ist dann auch so ein Punkt, das Anzugsdrehmoment steht auf der Verpackung und sollte dann auch entsprechend eingehalten werden. Und noch genauer ist es in den Bewertungen für jeden Stein explizit nochmal dargestellt. Gut, danke nochmal für die Fragen. Genau, das allerletzte, wenn man schon eher wegen diesen beiden Einzellasten am Rand, warum sind manchmal zwei Einzellasten größer als eine Gruppenlast? Vielleicht nochmal einen schönen Rückblick auf das letzte Webinar. Ja, ich hatte ja beim letzten Webinar, und ich bin ja mal im Eingang so schnell drüber gegangen, über die Einzelnachweise. In Beton haben Sie eine Reduzierung über die Ausbruchkegel, dass Sie, wenn Sie Bübel zu dicht setzen, dass Sie eine Reduzierung haben, indem Sie diese Ausbruchkegelbetrachtung machen. Bei der Injektionstechnik gibt es sogenannte Gruppenfaktoren. Und diese Gruppenfaktoren sind Werte, die eins zu eins aus den Prüfungen entlehnt sind. Da hat jeder Stein auch seine spezifischen Gruppenfaktoren. Und da kann es sogar sein, wenn Sie eine Bübelgruppe setzen, da gibt es Faktoren, die gehen auch unter eins, dass dann zwei Bübel weniger tragen, im Extremfall als ein Bübel genau an der Stelle. Weil es ist halt so bei den Versuchen herausgekommen, und das passiert gerade bei solchen Steinen, wie die Druckloch ziehlen, relativ schnell. Also da auch ganz wichtig, in die Bewertung reinschauen, wie hoch ist der Gruppenfaktor, wie weit muss ich auseinander gehen, muss ich im zweiten Stein dübeln, weil es kann sein, bei solchen Steinen, dass dann zwei Bübel weniger tragen als einer. Ja, vielen Dank. Die anderen Fragen würde ich sagen, kommen wir im Nachgang auf Sie zu. Herr Kühner, wir freuen uns auf die Fortsetzung Ihrer Präsentation. Gut. Beispiele. Das ist immer ganz wichtig für Sie wahrscheinlich als Planer. Ja, das ist ja jetzt ja alles Theorie, was der mir erzählt. Draußen in der Praxis sieht es ja eigentlich total anders aus. Das hat sich auch bestätigt in der Umfrage. Sie wissen teilweise gar nicht, wenn Sie planen, was habe ich denn für einen Stein, was habe ich denn für entsprechende Möglichkeiten, überhaupt da die Bemessung durchzuführen. Ich habe jetzt einfach mal drei Beispiele aus der Praxis. Die sind jetzt wirklich eins zu eins so auch geschehen. Da gibt es ja auch Bauvorhaben dahinter. Und das erste Beispiel, wo sehr, sehr viele Dübel hier eingesetzt werden, ist in dem Bereich der Fassade. Die Frage kam ja auch, wie sieht es denn aus mit Fassaden? Seit einiger Zeit gehört die Firma BWM zur Unternehmensgruppe Fischer. Die beschäftigen sich mit vorgehängter hinterlüfteten Fassade, also Hersteller, und machen das ganze Engineering dazu. Und das passt zur Unternehmensgruppe Fischer auch recht gut. Wir haben die Dübel, die in der Wand stecken. Wir haben Dübel, die die Bekleidung halten, also Hinterschnittdübel, wo sie in Faserzement, in HPL, in Keramik, in Glas, in Naturstein verankern können. Und das Bindeglied zwischen diesen beiden Dübel, einmal Wand und einmal Bekleidung, ist die sogenannte Unterkonstruktion. Und in dem Falle sprechen wir von der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Also Sie können sich gerne da auch mal auf der Internetseite informieren, wenn Sie ein Fassadenthema haben für sich. Und dort werden Sie feststellen, da gibt es sehr innovative Lösungen. Eine ist hier zum Beispiel ein Wandhalter, der so weit thermisch getrennt ist, dass Sie hier keine Wärmebrücken hier haben oder nur marginale Wärmebrücken. Also da sind die Kollegen von der Firma BWM viel, viel fitter in dem Bereich, um Sie da weitestgehend zu informieren. Ja, wir haben hier ein Bauvorhaben, wo im Prinzip durch Prüfung und durch die Bestandsunterlagen, also war sogar hier Neubau, festgestellt wurde. Ich habe hier einen Hohlblockstein, HBL4. Ich habe hier die Maße sind definiert, die Druckfestigkeit ist definiert und Sie sehen es auf dem Bild. Ganz toll, der Stein ist auch noch unverputzt. Wenn ich dann in meine Bewertung reinschaue, Hohlblockstein aus Leichtbeton, haben Sie hier die ideale Situation, dass Sie wirklich diesen Leichtbetonstein auch so weit in Ihrer Bewertung finden. Wenn Sie das so nicht vorfinden, dann ist auch in der Praxis wirklich so, Hinweis auf das dritte Webinar, wenn Sie das so nicht einordnen können und Sie haben einen abweichenden Stein, dann werden wir über Zugversuche sprechen oder Versuche am Bau, um dort ein FHK hinzubekommen. Aber hier in dem Fall ist es ideal gelaufen. Der Bauherr oder der Planer hat uns, hat der Firma BWM diesen Hohlblockstein so gemeldet, dass wir da auch mit arbeiten können. Wenn Sie sich die Bewertungsseite anschauen für den Hohlblockstein, finden Sie erst mal hier wieder diese charakteristischen und die minimalen Achsabstände. Wenn Sie hier S-Min, SCR, was rot gekennzeichnet ist, die 240 mm, noch mal zurück auf den Stein selber, das ist genau das Maß des Steines, also die Höhe des Steines, die müssen Sie hier einhalten und dann haben Sie unten den Gruppenfaktor 2, dann können Sie also, wenn Sie diesen Achsabstand einhalten, können Sie also die volle Last eines Einzeldübels hier auch mit berücksichtigen. Wenn Sie das nicht einhalten können, reduziert sich das entsprechend mit diesen sogenannten Gruppenfaktoren. Dann gehen Sie in die Tabelle der charakteristischen Widerstände, einmal Zuglast, einmal Querlast. Sie sehen, der HBL 4 hat 3 Kilo Newton, wobei es hier, also für diese Siegwürse, wobei es hier nicht maßgeblich ist, ob ich ein feuchtes Mauerwerk habe oder ein trockenes Mauerwerk. Die Werte sind für beides gleich. Wenn Sie jetzt höhere Lasten haben wollen, dann müssen Sie diese 5 Kilo Newton ansetzen, dann müssen Sie also auch schon mal in der Planung eine größere Siegwürse einplanen. Und wenn Sie sehr, sehr viele Befestigungspunkte haben, kommt natürlich auch eine ganze Menge Verbundmodel dazu, weil Sie auch eine größere Siegwürse haben. Deswegen macht es Sinn, sich hier auf die Standard-Siegwürse 16x130 zu fokussieren mit den 3 Kilo Newton Zuglast und 2 Kilo Newton charakteristische Querlast. Hier sehen Sie es mal in der Ausführung. So ein Wandhalter, in dem Falle ist es ein Festpunkt-Wandhalter. Wir haben hier in dem Bauvorhaben die Situation, dass wir auf der einen Seite diesen sehr, sehr großformatigen Stein haben, also nicht mit zwei Dübel in einen Stein verankern können, um die maximale Last zu bekommen. Hier hat sich dann also die Firma BWM gedacht, dann nehme ich hier gleich einen größeren Wandhalter. Ich habe hier einen entsprechend großen Abstand. Sie sehen, es ist auch möglich, genau in der Fuge zu dübeln. Das funktioniert, weil das auch in dem Verfahren mit berücksichtigt ist. Sie haben dort dann auch die Gewähr, dass Sie mit der vollen Last arbeiten können. Anders sieht es aus bei den Lospunkten. Hier haben Sie einen Einzeldübel und können sich da auch frei wählen, wo Sie diesen Einzeldübel dann setzen. Dort haben Sie auch einen relativ kleinen Wandhalter. Die Experten bei Ihnen, die sich mit der Fassade auskennen, die haben jetzt diese Begrifflichkeiten Los- und Festpunkt gesehen. Der Festpunkt, der hat im Prinzip die Aufgabe, die Lasten aus Eigenlast und Windlast aufzunehmen, während der Lospunkt hier in dem Falle auch wirklich nur die Lasten aus Wind aufnimmt. Sie sehen auch, der Lospunkt, der ist das Profil mit Langlöchern, dass dann auch wirklich keine Last aus der Querlast dort auf den Dübel zusätzlich kommt. Und ein weiterer Punkt ist auch noch in der Fassade zu beachten. Sie arbeiten ja hier mit Aluminium, mit Aluminiumprofilen. Die haben die Eigenschaft, dass sie eine relativ hohe Wärmedehnung haben bei Temperatur. Und das bedeutet, dass Sie im Prinzip hier, wenn Sie diese Los- und Festpunktkonstellationen nicht so durchführen, dass Sie dann große Spannung aus Temperatur haben. Und wenn Sie in die EDA reinschauen, müssen Sie diese Spannung auch berücksichtigen. Deswegen reduziert das dann auch Ihre Last. Und aus den Gründen macht man das dann so, dass man das sauber trennt. Also der Festpunkt, ich zeige es noch mal ganz kurz, der Festpunkt hat Durchgangslöcher, der Lospunkt hat Langlöcher. Und so haben Sie auch eine saubere Trennung der einzelnen Lasten. Ich habe hier einfach aus der Originalstatik, da hat es mir die Firma BWM relativ einfach gemacht. Die haben sich dann auch schon mal Gedanken gemacht, wie sich denn die einzelnen Lasten auf dem Dübel verteilen. Wir haben einmal Komponenten aus Wind. Die sind mit dem Sicherheitsfaktor 1,5. Und wir haben Komponenten aus der Eigenlast. Die sind mit dem Sicherheitsfaktor von 1,35. Und wenn ich jetzt in die C-Fix-Bemessung gehe, habe ich das einfach mal eingegeben. Das ist also auch legitim, weil die Ingenieure von BWM da schon Einzellasten berechnet haben, dass ich dann auch wirklich hier in die Einzellast reingehe und sehe, dass es hier mit dem HBL4 wunderbar funktioniert, habe ich jetzt einen kleineren Stein. Von der Festigkeit her funktioniert es dann eher nicht. Ja, und wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Hier sehen Sie diese Los- und Festpunktkombination. Vorne sehen Sie die Argeton-Fassade, die relativ schwer ist mit 45 Kilo. Sie haben das Raster Fest- und Lospunkt. Also wem es mal interessiert, also bitte dann auch an die Firma BWM wenden. Und so sieht dann ein Bauvorhaben aus, wenn es dann ausgeführt ist. Also das ist das klassische Brot der Hersteller von Fassadenunterkonstruktion. Also in dem Falle hätte es auch mit einem Rahmdübel nicht funktioniert. Die nimmt man ja gerne, weil die relativ schnell zu setzen sind. Aber der Rahmdübel hätte jetzt in diesem Falle nicht die Tragfähigkeit gehabt wie ein Injektionssystem. Und wenn Sie einen Einfeldträger haben, macht es sowieso Sinn, dann den Festpunkt mit einem Dübel zu befestigen, der eine Einzellast aufnehmen kann. Das zweite Beispiel, was ziemlich häufig vorkommt, ist das Thema Verankerung von Balkonanlagen. Da haben wir extrem viele Anfragen. Hier ein Beispiel freundlicherweise von der Firma Bonda, was ich bekommen habe. Die haben also ihre entsprechende Konstruktion. Grundsätzlich ist es bei Balkonanlagen, wenn Sie die ans Gebäude anbinden wollen, immer auch vorher zu klären, was sind denn überhaupt für Möglichkeiten, dort an dem Gebäude Lasten einzuleiten. In dem Falle war es so, dass der Balkonbauer dann gesagt hat, ich werde einen Vorstellbalkon vor das Gebäude stellen, der wirklich dann auch nur Hauptlasten aus Wind bekommt. Es gibt ja auch Möglichkeiten, nur mit zwei Füßen zu arbeiten. Hier steht das selber gegründet. Und wir haben hier wirklich auch nur die Lasteinwirkung aus Wind. Das sollte man sich auch vorher überlegen, wenn ich so ein Gebäude habe, was nicht sehr große Lasten aufnehmen kann, muss ich dann vielleicht Lösungen entwickeln, die dann auch praktikabel am Gebäude sind. Und dazu gehört es auch im Vorfeld, sich über den Zustand des Gebäudes zu informieren. Und in Cefix habe ich das dann einfach mal auch so umgesetzt. In dem Fall war es so, dass wir hier ein Vollziegel haben, wo der Ingenieur gesagt hat, das passt aus meiner Sicht. Die Festigkeiten passen und auch die Fuge ist soweit bekannt, dass ich dann im Prinzip hier einfach diesen Vollziegel, so wie er ist, aus der Eder einfach umsetze. Und so sieht das Ganze aus. Sie haben entsprechend Ihre Wandhalter dort befestigt und können danach, wenn das Gebäude soweit saniert ist, können Sie diese Vorstellbalkone dort befestigen. Ein drittes Beispiel aus der Praxis ist das Thema Kabeltragsysteme. Wir haben ziemlich häufig, dass wir die Situation haben, dass wir Wände aus gemauerten Ziegeln haben. Und dann, wie im unteren Bild, kommt dann der Anlagenbauer und sagt, ich möchte hier eine Wandkonsole befestigen. Und Sie sehen, das Verhältnis vom inneren und äußeren Hebelarm ist extrem ungünstig. Selbst wenn Sie kleine Lasten dort auf diese Kabelpritsche draufbracken, haben Sie extrem hohe Dübellasten, was vielleicht im Beton noch funktioniert, aber im Mauerwerk nicht. Und da habe ich jetzt hier Beispiel von einem Objekt, von einem Kabeltraghersteller, wo der Bauherr oder der Planer, weiß ich gar nicht, wer die Angaben durchgeführt hat, uns einen Vollziegel genannt hat, der sehr eigenartig vom Maßen ist. Das ist also ein 240er mal 115 mal 55, also ein BF. Und hat uns auch im Prinzip die entsprechenden Lasten dazugegeben. Also ein Kabeltragsystem ist ja so, dass Sie hier die entsprechenden Fülllasten laut dieser Tabelle nehmen, entscheiden müssen, was habe ich für einen Unterstützungsabstand. Hier ist ein Meter. Und hier hat der Hersteller, das ist also eine Originalplanung von dem Hersteller, der hat gesagt, also ich kann mit dieser kleinen Konsole auf dem Mauerwerk nichts anfangen. Er hat hier ein Untersystem, also eine Schiene drunter gelegt, wo er über die Momente dann entsprechend die Lasten abträgt, um dann auch wirklich die geringen, also die eigentlich geringen Lasten eines Kabeltragsystems über größere, äußere Hebelarme dann entsprechend umzuleiten. Und in dem Falle ist es so, wir haben ja einen Vollziegel gefunden, der eigentlich ein anderes Maß hat als in der Äther. Hier haben wir 228 mal 108 mal 54 einen Wert in der Äther, also ein Ziegel in der Äther gefunden. Und hier ist das Beispiel, dass ich durch die Eingabe der tatsächlichen Maße 240 mal 115 mal 55 auch wirklich diesen Wert entsprechend mit berücksichtige. und das Ganze, wenn man sich das dann in der Bemessung anschaut, ist hier nicht dieser Standardstein gewählt, sondern ein Stein, der hier kleiner ist, als er dort auf der Baustelle ist, weil größer geht ja nicht, das haben Sie heute gelernt. Und man hat dann wirklich die tatsächlichen Maße hier eingegeben und bekommt hier trotz der kleinen Einwirkungen über diesen Kabelkanal eine Auslastung von über 86 Prozent. Also von der Seite her sehen Sie, dass da auch Lösungen für die, für solche Bereiche, also gerade Kabel-Tragsysteme bei Kundenbau oder auch Fassadenbau gibt es doch einige Lösungen. Wenn Sie wirklich da eine Zuordnung Problem haben, wenn Sie also nicht wissen, wie Sie diesen Stein in die Äther zuordnen, wenn Sie also das Thema Zugversuche ansprechen wollen, dann wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik, einmal an die Hotline oder einfach die E-Mail anwendungstechnik at fischer.de. Der Kollege zeigt gerade auch ein paar Fragen, die wieder eingetroffen sind. Ja, genau. Es sind wieder Fragen gekommen. Vielen Dank. Auch die Fragen auf unsere Webinar punkt support at fischer.de E-Mail werden wir beantworten und durchgehen. Eine Frage zum Beispiel nach der optimalen Bohrlochreinigung. Jeder, der mit FISV gearbeitet hat, weiß, dass zum Beispiel im Beton die Bohrlochreinigung das A und O ist, damit wir Lasten überhaupt übertragen können. Wie sieht das mit einem Bohrlochziegel aus? Also wenn Sie im Hochlochziegel brauchen Sie keine Bohrlochreinigung. Allerdings, wenn Sie einen Lochstein haben, wo Sie einen Vollbereich treffen, dann ist es extrem wichtig. Sie haben ja zum Beispiel Kalksandlochsteine, die ja ein entsprechendes Lochbild haben. Da kann es schon mal sein, dass Sie den Vollbereich treffen und da ist es extrem wichtig, dass Sie dort an der Stelle das Bohrlochreinigen bei solchen klassischen Hochlochziegeln, wie die hier dargestellt sind, reicht es, wenn Sie die Sieglöse reinschieben, die dann im Prinzip das Bohrloch gleich in diesem Atemzug mit reinigen. Da ist auch ganz wichtig, das ist ja eher die Frage des Verwenders, also grundsätzlich Thema Bohrlochreinigung schadet nie und Sie müssen wie gesagt, in Bohrenbeton im Vollziegel oder Vollbereich müssen Sie also eine komplette Bohrlochreinigung machen, also ausblasen, mit den Bürsten reinigen und wieder ausblasen, weil die Bohrlochreinigung ist extrem wichtig für die Tragfähigkeit, gerade im Hauerwerk. Ja, gut, vielen Dank. Dann glaube ich an dieser Stelle wollen Sie noch mal in zwei Worten zusammenfassen. Gerne, also als Zusammenfassung noch mal, also Sie merken, dass es hier in der Kürze der Zeit für so ein komplexes Thema relativ schwierig ist. Am Ende ist es immer wichtig, dass man es dann draußen auf der Baustelle auch umsetzt, also wichtigste Message ist, wenn Sie eine Zuordnung nicht finden mit Ihrem Stein, den Sie vor Ort dort haben, sprechen Sie uns an als Anwendungstechniker oder den Außendienst, den Sie vielleicht in Ihrem Gebiet kennen, der Ihnen da gerne auch hilft, da das entsprechend auszuwählen. Wenn Sie gar keinen Stein in der Äther finden und wir finden ihn jetzt auch nicht, dann ist der zweite Weg zu schauen, ob dieser Stein schon mal irgendwo geprüft wurde von uns, dass wir dort gerade im Neubaubereich die charakteristischen Dübeltragwerke aus diesen schon getätigten Zugversuchen beim Hersteller finden. Allerdings muss der Stein selber ja in der Äther grundsätzlich geregelt sein, sonst funktioniert es nicht. Also wer kein Porenbeton in seiner Äther geregelt hat, kann auch keine Zugversuche in Porenbeton machen. Also das ist eine ganz klare Regel. Wer den einen Stein mit dem Lochbild nicht in der Äther hat oder einen gefüllten Stein, der kann auch keine Zugversuche machen. Also nutzen Sie auch die Kompetenz unserer Anwendungstechniker. In vielen Fällen können wir da relativ kurz helfen. Wenn es nicht geht, dann bleibt dann Ihnen das dritte Webinar nur noch als Empfehlung, wo wir dann wirklich auch über die praktischen Zugversuche sprechen. Das ist ein ziemlich häufiges Thema, weil wir werden es nicht schaffen, alle Steine so einfach in der Äther zu haben, dass wir dann einfach nur reingucken, dieser Stein ist drin, weil die Vielfalt der Steine ist extrem groß. Von der Seite her freue ich mich, wenn Sie alle wieder zahlreich beim dritten Webinar zum Thema Zugversuche mit einschalten. Ja, vielen Dank, war eine schöne Zusammenfassung. Hinweis auf das nächste Webinar findet statt wiederum an einem Dienstag und zwar am 7.7.2020. Schönes Datum, schönes Webinar, herzliche Einladung. Herr Kühnert, vielen Dank, dass Sie da waren und referiert haben und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn wir Sie wiedersehen am 7.7. morgens oder nachmittags.